Und herzlich willkommen zur Rapschau! Wieso macht Monet nach den Disses von Farid jetzt doch ein ernstes Statement? Was macht die Lebensgeschichte dieses Newcomers so besonders? Hat Rua Badmoms Jay gedisst? Haben Samra und Nemo beef? Und was passiert eigentlich mit Gefängniswärtern, die Fotos von inhaftierten Rap-Stars schießen? Das alles jetzt hier, denn ich bin Mr.Rap. Dranbleiben! Leute, es ist mal wieder Release Friday und das heißt, wir können uns alle über einen riesen Haufen neuer Musik für die ganzen geilen Spotify-Playlisten freuen, aber ihr wisst ganz genau, auf diesem Kanal ging es noch nie und geht es auch heute nicht um Musik, sondern um knallhart recherchierten und wichtigen Deutsch-Rap-Gossip. Von daher, let's go! Fangen wir an mit Farid Bang und Monet. Rund um seinen Release von Asoziala Marokkaner 2 hatte Farid Bang ja hauptsächlich gegen Monet gestichelt, geschossen, gefeuert, gedisst und ihn als Rapperin betitelt, generell quasi so dessen Männlichkeit infrage gestellt. Irgendwann machte Farid dann auch einen Chatverlauf mit Monet öffentlich, wo man sehen konnte, Monet fasst das lustig auf und generell auch kein böses Blut von Farid. Nicht ganz so lustig war aber offenbar, wie der ein oder andere Deutschrap-Hörer auf diese Disses von Farid gegen Monet reagiert hat und sich wohl dachte, wenn der Farid da disst, dann trete ich da auch noch mal richtig ordentlich drauf, weil … weil … Auf jeden Fall veröffentlichte Monet jetzt ein ernstes Statement. So sagte er, er wolle sich kurz zu einem Thema äußern, das ihm wichtig sei. Ihm sei nach diesem Dis von einem seiner Rap-Kollegen einiges aufgefallen. Es gebe nämlich erschreckend viele Menschen da draußen, die immer noch so abwertend über Homosexuelle sprechen und diese Menschen dementsprechend auch mobben würden. Er selber habe so ein schlechtes Wort auch schon mit 17, 18 benutzt, allerdings seinen Fehler eingesehen und sich dafür entschuldigt. Das, was er allerdings in Folge von den Disses von Farid auf Social Media von Leuten wohl geschickt bekommen habe, sei wirklich krank. Es tue ihm leid, dass Homosexuelle immer noch so behandelt werden würden und das in der heutigen Zeit. Sein Statement endet dann mit den Worten, ihr habt mehr verdient. Ob jetzt Monet oder beispielsweise Bad Moms J oder auch andere, es scheint ganz so, als habe die New Rave im deutschen Rap nichts mehr gegen Homosexualität. Was ist aus unserem schönen Deutschrap geworden? Einer, der noch ganz, ganz, ganz am Anfang seiner eigenen New Rave steht, ist der Newcomer Nuri42. Der ist wohl mit Groove Attack am Start und irgendwie mit Blockmonster verbandelt und hat heute seinen Track Schieben Hallus rausgebracht und in der Videobeschreibung zu diesem Track gibt es einen kleinen Ausschnitt aus der Lebensgeschichte von Nuri42 und die hat es wirklich in sich. Nuri war jahrelang auf der Straße aktiv, wurde am 09.03.2009 von seinen Komplizen bei der Polizei verraten und auf frischer Tat bei einem Casinoraub vom SEK gestellt. Daraufhin kam er in Haft, wurde dort dann von einem Mithäftling mit einem Hammer auf der Arbeit angegriffen, sein Schädel wurde komplett zertrümmert und Nuri war tot. Rettungssanitäter mussten per Hubschrauber eingeflogen werden, damit er vor Ort im Gefängnis reanimiert werden konnte. Daraufhin lag er im Koma. Innerhalb eines halben Jahres wurde sein Schädel mit Hilfe von Keramik und Plastik künstlich wiederhergestellt. Nuri war in dieser Zeit halbseitig gelähmt und musste bei jahrelangen Reha-Sitzungen wieder sprechen und laufen lernen. Und jetzt, nachdem er das offenbar anscheinend ja mit Erfolg wieder gelernt hat, ist er als Newcomer-Rapper Nuri42 am Start. So ne Story im deutschen Rap gab's bisher ja wirklich noch nicht. Aber wie gesagt, Nuri steht noch ganz am Anfang seiner Karriere. Mal sehen, was da noch kommt. Schon ein paar Schritte weiter auf der eigenen Karriereleiter ist Live is Pain Signing Ruhr, welche heute ihr Mixtape Welcome to Agrabah raushaute. Auf dem titelgebenden Track Agrabah rappte Ruhr letzte Woche, zerreißt die Beatles, mein Sternzeichen ist evil. Haha, als Adlib. Später in einer Instagram-Fragerunde sagte sie außerdem, dass sie von Sternzeichen jetzt nicht so viel halten würde, das ist eigentlich so ihr Ding. Und das beides, die Zeile plus die Fragerunde zusammen, ergaben wohl bei einigen Fans die Theorie, das Gerücht, Ruhr hat Bad Mom's Jage getest. Sternzeichen, evil, Schütze sind evil und so. Ich glaube ihr versteht. Diesen Gerüchten allerdings schob Ruhr jetzt eiskalt den Riegel vor und sagte NEIN. Also sie wurde gefragt, ob sie Bad Mom's Jage getest hat und sagte NEIN. Hier also kein Beef, aber Achtung Leute, ebenfalls keinen Beef haben Nemo und Samra. Keine Ahnung, wer und warum davon ausgegangen ist, dass die beiden Beef haben, aber Nemo stellte jetzt ebenfalls in einer Instagram-Fragerunde klar, er habe keinen Beef mit Samra. Im Gegenteil sagte Nemo sogar, Samra sei ein Bombenmensch und er liebe ihn sogar. Well, that escalated quickly. Und wo wir gerade ja eh schon Englisch am Speaken sind, gehen wir doch mal rüber nach Amerika zu Jada Youngen, aufstrebender Rapstar seit 2017, 2018 am Start. Der wiederum wurde jetzt erst vor kurzem am 16. September festgenommen, wegen Vorwürfen der Beihilfe zum Totschlag und Behinderung der Justiz. Die Vorwürfe gehen zurück auf eine Schießerei im August 2020 mit zwei Verletzten und einem Toten. Damals sollen mehrere Täter das Feuer auf eine Gruppe von 100 Leuten eröffnet haben. Jada Youngen dann deswegen am 16. September festgenommen. Am 20. September kam er allerdings auch schon auf Kaution von 175.000 Dollar raus. So weit so normal im Land der großen Freiheit. Das Absurde kommt jetzt. Zwischen der Festnahme und der Kautionszahlung von Jada Youngen, als er also noch im Knast saß, schoss wohl ein Gefängniswärter mit dem Handy ein Foto von Jada Youngen. Und dieses Foto wiederum wurde dann auf dem Instagram-Kanal von Jada Youngen gepostet mit der Bildunterschrift All is well now. Dieser Gefängniswärter, der das Foto geschossen hat, wurde dann deswegen rausgeschmissen aus dem Justizdienst. Und Jada Youngen wiederum gab jetzt bekannt, er wolle die Kosten, die Rechnung von diesem Gefängniswärter übernehmen, bis dieser einen neuen oder auch besseren Job gefunden habe. Apropos neuer Job. Wenn ihr jetzt nicht auf dieses Video klickt, wo es um Samra im Bushido-Prozess, Basultant Hengst gegen Bushido, Flair gegen Bones und 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 geht, dann werde ich mir bald einen neuen Job suchen müssen. Und ansonsten kommt bald wirklich das Video raus, was komplett die Deutsch-Web-Szene umkrempeln wird. Von daher rate ich euch, abonniert und aktiviert die Glocke. Das war's von mir.